Ein Ford Focus ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in dem schwarzen Fünftürer Platz. Der Kombi bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP für Suffix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Dachrailing, Einparkhilfe und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Benziner eine Leistung von 182 PS an das Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,5 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 24.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Preis Bester Preis Bester Preis dé